Wunderknabe? Cristiano Ronaldo? Leute, ihr solltet euch jetzt mal auf mich konzentrieren. Hallo? Ja? Ich bin das Maß aller Dinge und das werde ich auch noch lange bleiben. Dieser Cristiano Ronaldo-Spacken da, den kennt doch keiner. In einem Jahr spricht keiner mehr von dem. Das sag ich euch. Wollen wir wetten? Oder die andere Flitspiepe da? Wie heißt der? Der Brasilianer. Hier, Messi. Ne? Also, nächste Frage. Aufgepasst. Hör mal zu. Hey, guck mal alle hier hoch. Die meisten von euch Losern kennen mich als den Champ, der diesen Sport aufs nächste Level gehoben hat. Thank you. Ist doch flatter. Vielen Dank. Mario Pona. Lebende Legende. Hätte Frauen Geld. Jeder wollte eine Stimme von Pona. Ja, ich will. Scherz. Haha, Scherz. Komm, hey. Ich hab mal Foto. Heute Abend ist Training für die anderen. Ich wurde in eine Schublade gesteckt. Ich wurde in eine Schublade gesteckt. Aber hey. Jetzt kehre ich zurück. Mario Pona's Comeback ist nur ne Frage der Zeit. Muss mich nur in Ruhe und Form bringen. Damit etwas von meinem Glanz auf euch abfällt. Was willst du denn machen, wenn das mit deinem Comeback nicht funktioniert? Was soll denn das heißen? Ich hab mich gefragt, ob du nicht vielleicht hier bei uns Trainer werden möchtest. Bei der CU. Warte mal. Ich hatte was im Ohr. Aber ich bin nicht nur hier. Weil mein Bruder mich so sehr vermisst hat. Na zu, Mann. Ich hör zu. Wenn du hier bleiben möchtest, dann kannst du nicht machen, was du willst. Das ist mein Haus und hier gibt es meine Regeln. Hundert. Hä? Was? Ich hab grad nicht aufgepasst. Gib doch einen anderen Grund. Ich hab sie entjungfert. Aber die Funken sprühen immer noch. Nicht wahr? Du solltest wissen, dass ich bald heirate. Mario Pona ist ein Gewinner. Und Gewinner geben nicht auf. Gloria! Hätte ich gewusst, dass du dich so in Schale schmeißt, dann hätte ich mir auch Mühe gegeben. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Günter Netzer? Kann er ins Ruhende gehen? Nein. Wer bin ich? Mario Pona! Sag mal, unter uns. Bist du euch enttäuscht, dass er nicht so ist wie ich? Er ist immer für uns da. Und er ist genau das, was Ben gerade braucht. Perfekt. Dann komm du wieder zu mir und er kann sich um das bald kümmern, ne? Er ist nicht mal mein richtiger Vater. Ach so. Aber dann freu dich doch und heul ja nicht rum. Komm. Ich möchte wetten, der pisst zu deinem Sitzen. Ja. Tut er, ja? Ja? Genau. Doch auch hier gibt es doch Fans, die den wahren Mario Pona zu schätzen wissen. Kriege ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen? Okidoki, komm. Hm. Wie wär's denn hier drauf? Okidoki. Stift. Da wird's auch kein hier. Puh. Weißt du was? Krieg's beim nächsten Mal. Und wenn ich jetzt sehe, wie Kinder hier behandelt werden, die so zu mir aufschauen, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich werde offiziell das Angebot als Trainer von diesem Sauhaufen annehmen. Ja. Danke. Ja. Ja. Ciao.